mit der golden gun darfst du halt random jemand anschließen aber wie gesagt wenn du daneben gibt es hier ein unstuck befehl irgendwie schnell in die konsole def eingeben ja dann bin ich tot oder was ja aber du spawnst in 10 sekunden neu deswegen du hast 10 sekunden def bringt nix also mann spawnt man bekommt bei null komplett neue leben wenn ihr unten anfing jetzt sozusagen holy shit wer schwimmt hier schwimmt einer mucker schwimmt hier vor mir ja wenn ihr einmal im wasser wagt dann schwimmt die die tatsache das können glaube ich nur traiter der hat so aber tut du hat mich angeschossen ich habe nur 60 hp am arsch ich stehe hier oben ich weiß nicht mal würde rumschwimmen muka warum bist du schon wieder alleine muka ist ganz allein da hinten schwimmt er schon wieder das können nur traiter hier physics kannst du mich heilen ich glaube auch muka schon wieder nein muka war die ganze zeit guck mal er ist weggegangen warum ist er weggegangen du bist nicht trusted ich habe ich habe hp schaden bekommen ich bin trusted der einzige der einzige der nicht hier ist der einzige der nicht hier ist der einzige der nicht hier ist da unten war er gerade da kommt die treppe hoch macht der schon wieder hast du eine bombe hier platziert da hinten ist okay wir bleiben alle hier bei parry wo ist der parry das weil wenn jetzt irgendwo muka geh weg manhocks kommen oder so dann ist das parry alter ich bin hier runtergefallen aha wo bist du runtergefallen die traiter falle gefallen da oben ist einer ja ja aber der ist der ist detektiv der ist detektiv das passt schon ich komme zu dir da oben der muka da granate granate ja das ist mega verdächtig alter ah wer war das tut du ich habe du gehört einzeln schuss wichse hast du noch gehört ja wollen der scheiß detektiv fällt auch hunderttausend sachen aus wir schießen beide auf ihn und er überlebt uns einzeln schuss wichse was für eine worte warum sind wir eigentlich immer zusammen traiter mann ja das passt schon so ist eigentlich witzig ne ja nur wenn alle auf einen haufen stehen dann kann es einfach nichts machen ja es ist denn so dass es ist aber immer so dass die random zusammengewürfelt werden oder die ja es kann auch sein dass ihr zehnmal hintereinander zum beispiel das ist alles glückssache ja oder pech je nachdem da nicht wieder die einzel schuss wichse weg damit weg damit ich will endlich mal detektiv sein alter ich will einmal traiter sein du bist traiter du bist 100% traiter nein ich bin hier mit kevin die wir sind trusted ja ich bin das keiner seid beide traiter bestimmt wenn ich gleich tot bin dann ist es muka ich komme mal zu dir kevin ist auch noch unbewaffnet was machst du hier in der ecke mann ich habe in der ecke alles im blick ja ja alle potenziellen opfer ne genau wenn ich tot bin ist es muka zum beispiel wenn ich tot bin ist es krisik was das ist eine lüge warum lügst du bist hier der einzige in der nähe ja und hat doch damit nichts zu tun doch wo ist parry versteckt er sich wieder der läuft hier rum öffentlich der sucht seine opfer ich renne ihm gerade hinterher ich beobachte ihn wenn er jetzt wenn ich jetzt tot bin dann ist es perry 100% ich verfolgte ich einfach nur aus verdacht irgendwie ganz weit weg von euch da hat einer eine bombe platziert und perry war am weitesten von der bombe entfernt muka ist es nein das ist der one hit gewollver das ist der one hit gewollver den darfst du nicht benutzen das ist nicht die goldene gun es gibt zwei stück das ist die one hit die tötet ihn also die darfst du schon benutzen aber das ist nicht der goldene gewollver kevin du bist hier detektiv ja klar erstmal bei kevin beschützen schutz ja wie kommen wir denn zu kevin hier keine ahnung ganz oben wenn ich sterbe ist es grandel wenn ich sterbe ist es grandel wenn ich sterbe ist es grandel ich glaube wir sind es wirklich nicht wir hätten uns schon längst gegenseitig umgebracht hier vorne ist parry und parry hat eben eine bombe platziert nein also ich möchte meine stimme auf parry setzen ich glaube muka ist es der labert zu viel ich glaube muka ist es guck mal muka ist es 100% ich hab grad die bombe abbekommen ich hab grad die bombe abbekommen ja detektiv los mach was tu nicht auf afk kevin der ist in seinem in seinem muka zielt auf uns muka menü muka menü der hat sich eben schon eine gun geholt der kann sich der ist nicht im menü holy shit ich hab nen disconnect glaube ich oh ah super los traitor kevin ist traitor er simuliert nen disconnect um uns jetzt alle umzubringen ey so parry ist doch so ein t über deinem kopf schade dass er detektiv ist ok wollt ihr den ultimativen test haben wie man weiß ob perry der traitor ist oder nicht ja perry buchstabier mir innocent rückwärts komm perry oh perry jetzt steht bei dir traitor aber nicht innocent ne also da ich glaub ich glaub wir dürfen jetzt perry töten perry ist es confirmed wo ist perry ich töte perry und nimm mir die ganze schuld auf mich wenn er nicht traitor ist aber wenn der innocent nicht buchstabieren kann confirmed alter perry ist es 100 pro aber von oben ist er oben quizzing ist es 100% ich hab ihn gesehen ich hab ihn schießen sehen quizzing ist es ah wie ich den schrei noch 5 mal gehört hab ich hör wieder von anderen wo ist der perry perry wo seid ihr alle da unten du hast schon anbekommen perry ja perry ne da hab ich dich gebastelt ne der ultimative test das war voll assi das war voll assi ey hehehehehehehe aber gut ey aber gut ey perry bist du mir die letzte oh mein Gott bist du mir die letzte wir haben uns die ganze zeit nicht tudo wir haben uns immer beschuldigt aber ich Ich hab dann, irgendwann hab ich echt geglaubt, du warst das nicht, weil sonst, wir hätten uns schon lang geschossen. Perry, ich hab so eine gute Vorgabe gemacht. Perry, der ist in meine Falle getappt, einfach. Ich dachte mir so, okay, der hat sich verraten. Okay, Granibat bist du Krater, wenn nicht, buchstabier mal Garnele. Warum wirfst du eine Granate nach mir, Perry? Alter, ich bin runtergefallen. Nö, Granaten auf mich. Ey, ist es, er muss es sein. Ich hab gehört, nur Traitor können nicht unterfallen. What the fuck, Junge, what the fuck. Hier ist du, du. Hier ist Muka, wenn ich sterbe, ist Muka. Warst du gerade im Shop? Nein. Ich hab euch da unten zugeschaut, wer da in die Gläser reinfällt. Wer ist eigentlich im, ach, Kevin, kommst du eigentlich wieder? Ich bin schon wieder da. Okay. Ich bin nur kurz gemutet. Incendial, Granaten werden verboten. Oha, er ist kurz gemutet. Oh. Perry ist gestorben. Ich bin mal für eine halbe Stunde afg. Perry ist gestorben, wie ist denn Perry gestorben, Grantl? Wer ist da weggelaufen, wer hat das gesagt? Der Grantl, der Grantl war es. Nein, Mann. Der sagt so, oh, Perry ist gestorben, Alter. Alter, er ist umgefallen. Er hat vergessen zu atmen. Grantl? Grantl? Nein, Mann. Leg mal die Waffe weg. Hier. Und? Wie fühlt es sich an? Vielen Dank. Hä, Tu-Do, warum schießt du Grantl-Bart an? Weil ich mir sicher bin, dass er es ist. Genau, Alter. Dass er dann gleich aus Angst zurückschießen wird. Und wenn er innocent ist, kriegst du auch Minus-Kammer fürs Anschießen, ne? Ach so? Das wusste ich nicht. Aber nicht, wenn du Traitor bist, dann bekommst du keine Minus-Kammer, also tu du. Aber das Kamera regeneriert sich aber wieder, oder was? Hm, wenn ihr ne Runde lang keinen falschen anschießt, oder gewinnt, dann ja. Was ist mit diesen Incendia-Dingens? Ich werf die jetzt mal da ins Wasser. Incendia-Dingens. Ich hab auch einen, ich möchte die auch ins Wasser werfen. So, wer ist denn Detektiv? Ich müsste geheilt werden. Ich glaube, der Detektiv ist tot. Ja, der Detektiv ist tot. Der wurde vom Gantelbart getötet. Ja. Nein, der wurde von dir getötet, verdammt. Von dir! Ich bin unschuldig. Da steht unten links, innocent. Rückwärts, T-N-E-C-O-N-N-I. Innocent. Du hast dir jetzt vorhin schon da auf den Zettel geschrieben, ne? Ja, ganz recht, ganz recht. T-N-E-C-O-N-I. Da kam von Mucka eine Rauchgranate. Ja, aber die davon... Oh! Das war keine Rauchgranate. Was war das? Granate. Die kam auch von mir. Häng hier fest. Der Gantelbart hat einen Raum gewartet, dass jemand reinkommt, der in den Mucka umschießen kann. Der Gantelbart hat ja auch Parry getötet. Ich weiß, dass es du bist. Du bist es hundertprozentig, du Gantelbart. Gantelbart hat ja auch Parry getötet. Ja. Ich hab gehört, Mucka hat auch Innocent getötet. Der Gantel hat noch nie gesagt, oh, da ist jemand umgefallen oder da ist jemand tot. Ja, und der hat nämlich mal die Reise... Ich nehm, ihr umgefallen. Einfach so. Ich hab keinen Schuss gehört. Joa. Wer... Also ich wär mir sicher, dass Gantelbart... Ja, dann schieß mich an. Dann kriegst du Minuskarma. Hallo, so Parry. Ich krieg kein Minuskarma. Ich hab dich schon angeschossen. Ja, das ist nach der Runde, wird das verteilt. Genau, das ist wahrscheinlich nach der Runde verteilt. Nach der Runde verteile ich hier Fäuste. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass ein Gantel ist. Nächste Runde wirst du einen Facepam geben, weil du... Oh, da schießt einer, da schießt einer. Kevin schießt, Kevin schießt, Kevin! Kevin ist es! Warum schießt du mich ab? Warum? Oh. Ich dachte, du warst es. Hä, wie ist es denn jetzt? Also, der war schon mal Traitor, das ist klar. Oh, hier ist ein Flash. Oh mein Gott, Turtles. Einer von euch bei Nussos. Einer von euch bei Nussos. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Scheiße. Wer war es jetzt? Wer? Mucca, ne? Scheiße. Ja. Mucca und Kevin, oder was? Ja, ich wollte für ein bisschen Verwirrung sorgen. Oh. Ich dachte, ihr nehmt euch noch alle gegenseitig mit. Ich töte Kevin, weil er Traitor ist und ich werde getötet von einem von euch. Alter. Ja, von mir, weil ich dachte, du machst wieder deine übliche Masche. Okay. Okay, okay, wir steigen jetzt ein bisschen so den Schwierigkeiten. Verrreck an deinem Minus-Kammer. Wolfstops. Und vor allen Dingen wirklich, der Parry ist einfach nur umgefallen. Er ist einfach nur umgefallen. Was ist da los? Das war die Golden Gun. Die hat Mucca schnell beseitigt, damit die da nicht mehr rumliegt. Die Golden Gun ist halt, wenn der einen Innocent anschießt, der kein Traitor ist, dann stirbt er selber. Er hat einfach irgendjemand angeschossen, oder was? Genau. Okay. Okay, wir können mal runterfallen, ja? Mucca ist der Geilste, der steht unten. Das ist aber sehr bescheiden, Mucca, sehr bescheiden. Ich weiß nicht, ob ich das selber gehört, aber der muss echt ne coole Person sein. Okay, hier bei der Map ist die Schwierigkeitsstufe ein bisschen höher. Ey, die erinnert mich irgendwie wie an Battlefield, die... Stimmt, die ist auf den Dächern da, wo unten dann Wasser ist. Ja. Flood, Flood World, Flood World. Hier was mit Flut, Flutsäume. Mal weg. Mal weg. Komm mal hierhin, schnell. Ich bin Detective. Oh! Wenn ich sterbe, ist es Tudo. Wenn ich sterbe, ist es Tudo. Ich weiß nicht, ich glaube Mucca war's da. Ich bin innocent, ich bin innocent. Ich bin innocent. Wo geht's denn hier überhaupt lang, ey? Du bist es, da hinten läuft einer. Du suchst so desorientiert nach dem Weg, du bist es. Superi hat sich hier schon eingekämmt. Ich will vielleicht erstmal wissen, wo es hier lang geht. Da hinten brennt es, schau mal. Warum willst du mich ablenken? Warum brennt es da hinten? Warum bleibst du nur dann bei mir, wenn ich es bin? Dann geh doch mal lieber weg. Ups. Dann geh doch mal lieber weg von mir. Der Krantl war das Detective. Dann geh mal hier rüber. Ich glaube Mucca ist es. Ich brenne, ich brenne. Und mit dem Chat, ich bin dem Chat aus Versehen. Xass. Beleidigt er uns schon auf Griechisch hier. Xass. Xass. Beleidigung. Was machst du, was machst du? Das können nur Traitor. Das können nur Traitor. Hat er geschossen? Harry. So, da rauf. So, meine Damen und Herren, ich habe die ultimative Waffe. Die mir den Tod bringt oder einem Traitor. Okay. Also ich würde sagen Mucca. Nein, stopp, du hast die normale dann. Nö. Holy shit. Zeig mal. Hast du die, ne du hast die normale, du hast nicht die Golden Gun. Die bringt jedem einen Traitor. Das ist die Waffe, das ist die Waffe, die einen Schuss hat nur. Ja, aber das ist nicht die Golden Gun. Es gibt zwei verschiedene. Die Golden Gun, die ist nämlich goldig. Das ist der Unterschied. Die Waffe one-hittet jeden. Die Traitor, äh, die Golden Gun, die one-hitt nur den Traitor. Was? Oder dich selber. Bist du tot? Nö. Kevin, bist du tot? Nein. Ich bin vor dir. Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade bei ihm verlaufen irgendwie. Alter, das ist doch Mucca. Aua. Kevin hat mich angeschossen. War noch ein Testschuss? Ich habe nur 38 HP. Was war das für ein Testschuss? Ein kleiner Handy. Wer ballert hier auf Mucca? Ich habe auf ihn geschossen, weil er war einfach zu nah. Kevin? Warum bist du so xenophob? Hier ist ein Toter. Sir Perry. Wer lebt denn hier alle, Leute? Wer lebt denn noch? Warum bist du so alleine? Einmal durchzählen. Ja, ich versuche. Da seid ihr okay. Ich würde mal sagen, Mucca. Sind wir die Verbleibenden? Nein. Quillix ist einer. Quillix ist einer. Wo ist der? 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 Da hinten im... Ne, hä? Wo ist der hin? Mucca, lebst du noch? Oh. Ich werde beschoss... Scheiße. Scheiße. Was war das? Warum bin ich auf einmal runtergefallen? Das war dieser Wegschub-Sgun. Die hat der Quillix sich geholt. Was ein Scheiß. Nebenbei, der Quillix, der ist immer in diesem Sniper-Turm da oben. Könnt ihr euch merken. Der ist immer da oben. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus! Tschüss.